hallo sehr ja herzlich willkommen zum neuesten crowdfunding überblick und es wäre fast der moment gekommen wo ich überlegt habe überhaupt ein video zu machen denn ich habe in meinen recherchen die ich jetzt hier vor so ein video immer machen tatsächlich kein kooperatives spiel gefunden was ich in irgendeiner weise interessant fand und da kannst du eigentlich auch nicht machen die leute müssen ja gefüttert werden wie es so schön heißt ja also ich habe jetzt künstlich nicht irgendwo ein spiel herbeigerufen wo ich jetzt sagen oder das ist spannend oder dass da sich ein ausblick auf erfolg aber ich habe ein spiel gefunden das schon länger läuft was eine voll kooperative variante hat nämlich du aus winter the lost tribes and the lost tribes dwarfs ist so eine diesen seltsamen sieben da drinnen so einen bezug zu sieben zwergen wahrscheinlich rotkipp rotkippchen sein schneewittchen kommt kommt irgendwie auch vor als plättchen schon gesehen ja ist so eine reihe es gibt herbst spring frühling und winter und summer soll jetzt dieses jahr kommen und jedes spiel hat auch eine eigene mechanik so wie ich das jetzt gesehen habe ich muss sagen ich habe mich vorher nicht so sehr damit beschäftigt ich bin dann aber gestern darauf aufmerksam geworden und habe mich hier so ein bisschen durchgescrollt also an sich ist das spiel also draws winter jetzt ist ein semi kooperatives da schrillen bei mir ja schon mal erstmal alle alarmglocken also kompetitiv kriegt man mich ja irgendwie noch zu semi kooperativ ganz schlechte erfahrung gemacht aber erstmal semi kooperativer semi kooperatives so castle defense spiel so wir spielen hier verschiedene clans die über sieben runden was hier wochen sein sollen die basis verteilen das spiel gibt es schon länger es geht jetzt hier um eine erweiterung in diesem kickstarter projekt so hier wird das alles auch noch mal schön erklärt also die fans finde ich erstmal cool bin ich immer dabei grafisch also ein bisschen eine ähnliche schiene wie king in rush obwohl das sonst jetzt hier keine parallelen hat so resource management klingt auch erstmal ganz spannend so winning the game survives the seven weeks of winter to win the game the player with the most victory points ist deklarer zu king or queen okay das heißt bei dem spiel muss man zusammenarbeiten am ende gewinnt aber jemand mit einem heiß wo ich sage okay das ist eine form von semi kooperativ wo ich noch mit leben kann ganz schlimm finde ich es wenn man sich da gegenseitig und die ohren haut so und jetzt gibt es hier aber den sogenannten family game mode den gibt es bei jedem plätsch eigentlich dazu außer natürlich bei dem dem ein euro plätsch würde ich sagen aber den den haben sie ja gar nicht also ab 45 dollar ist der dabei family game und der macht das spiel voll kooperativ was dann schon wieder interessant macht ja die miniatur ist jetzt natürlich nichts was jemanden der sonst regen realm oder arken studio miniatoren hat von den socken haut aber ich denke gewissermaßen funktional das sind die monster so und jetzt gibt es halt hier eine erweiterung dazu was kriegt ihr also ihr könnt entweder das basis spiel kaufen durch winter mit diesem game und das kostet 45 dollar kaufte die erweiterung lost tribes kostet diese 60 ich habe das so verstanden ich habe nämlich hier auch mal geguckt das ist der alte kickstarter von dorst winter gewesen damals gab es diese family variant diesen voll kooperativ modus noch nicht wenn ich das richtig verstehe und deshalb ist dieser family game mode bei jedem plätsch hier mit dabei also für 60 dollar lost tribes expansion stretch goals und family game modus so für 100 dollar gibt es dann winter family modus und lost tribes und für 135 dollar das ist dann der all in gibt es noch die legendary expansion und das deluxe pack merken wir uns deluxe pack legendary expansion gab es wenn ich mich recht erinnere beim letzten mal schon glaubte ich zumindest naja ist ja auch egal so also jedenfalls dass das 135 er paket so dann habe ich hier geguckt und gesehen early birds da gab es das deluxe pack gratis dazu das kostet glaube ich bum 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 ja immer ein bisschen unübersichtlich hier haben wir die verschiedenen platz hier sind die add-ons so die deluxe kosten deluxe tokens kosten 15 dollar ja ok na also die wären ja dabei ich bin nun mal kein fan von early birds wenn wenn dann wirklich ein großer preislicher unterschied ist dann ärgert man sich einfach nur und dann sage ich mir dann würde man ich halt nicht mit dann bin ich immer trotzig wie ein kleines kind den gab es 15 dollar insgesamt kann man sagen hat man 15 dollar gespart gerade hier bei dem all in ist nicht schön wenn man jetzt später dran ist aber immer noch keine katastrophe ja also das jetzt erstmal so grundsätzlich ihr gibt es wie gesagt ziemlich viele sachen tower defense ich finde es grundsätzlich erstmal ganz spannend im annons forum macht der thomas der ich glaube boy grinder heißt er da im annons forum der wird da eine sammelbestellung zu machen obwohl da noch unklar ist weil er selber das hauptspiel schon hat und jetzt ist ihm und die erweiserung geht aber jetzt scheinen mal schon einige wie ich angefragt haben alles haben zu wollen vielleicht fragt er da noch an aber er kriegt da auf jeden fall schon mal einen coolen rabatt also wenn ihr interesse habt und gegenüber sammelbestellung nicht so negativ eingestellt seid ich kann den thomas absolut empfehlen habe schon ganz viele sachen bei ihm mit bestellt und das lief immer tadellos kam super an verpackt kommunikation wenn man eine frage hat alles super also den thomas kann ich absolut empfehlen der kümmert sich da richtig gut in diesen sammelbestellung so da gibt es ja immer so eine täglichen challenges stretch goals sind schon viele freigeschaltet worden ja das ganze geht noch ein paar tage sieben genau und ist language independent wie es so schön heißt mit deutschen regeln wenn ich das deutsche regeln wurden jetzt zumindest mit angezeigt also das heißt die sprachbarriere hat man auch nicht die berichte jetzt vom normalen spiel sind eigentlich recht positiv wo man da natürlich immer sagen muss semi kooperativer ansatz aber ich denke der ist hier nicht so stark ausgeprägt und mit der mit dem family game mode denke ich dass es hier sich in summe dann doch sehr lohnt mitzumachen ja also ich werde mir noch ein bisschen angucken und werden ja noch ein paar videos die tage angucken gesagt ich habe es gestern abend erst entdeckt und werde mir dann überlegen ob ich da noch einsteige mit sieben tagen vielleicht schaffe ich dann zum nächsten video noch mal kurz zu sagen ob ich mit dabei bin oder halt nicht so das war es jetzt an sich an spielen die aktuell laufen die ich neben den von letzter woche die ich euch vorgestellt habe mir angeschaut habe die ich interessant finde jetzt würde ich nochmal ganz kurzen ausblick geben denn jetzt könnte man ja sagen wenn schön den monat oder jetzt ende des monats erst mal geld gespart oder mitte des monats nein da kommt doch einiges auf und zu nämlich zum einen wild ascent bei gamesfound allgemein die nächsten drei sachen die ich jetzt zeige kommen alle bei gamesfound muss man auch mal ein bisschen im blick haben 15 tage also ende juni geht's los und ja wild ascent war das erste links werk wenn ich mich jetzt nicht ganz irre von lazy squire games hat ein bisschen probleme bei der auslieferung bekommen als es dann aber ausgeliefert wurde ist es eigentlich in großen teilen sehr gut angekommen wenn ihr da im deutschen bereich ein video sehen wollt der becky von der nische hat sich da recht ausführlich mit beschäftigt ist ein skirmischer one shot von der sache her finde ich erstmal so erstmal ganz interessant ich brauche eigentlich nicht die nächste große kampagne sie haben danach storm sander rausgebracht was ja gigantisch ist und da bin ich mit so gut wie all in dabei und bete sehr dass es gut wird aber von den videos was ich dort gesehen habe gerade auch im englischsprachigen bereich hat mich dieses spiel absolut überzeugt klar tonnenweise miniaturen das bräuchte es für mich nicht haben wir hier bei wild descent aber auch wieder so ist eine preview page kann sie alles noch ein bisschen ändern das ist das alte hauptspiel es wird hier auch direkt mit auf deutsch angeboten das alte wild descent gab es nicht auf deutsch wenn ich mich nicht irre das ist hand wenn man hier aber runter scrollt es wird auch die alten sachen geben aber teurer das muss man auch so sagen also das spiel hat damals im dieses im kickstarter das hier auf 99 dollar gekostet jetzt kostet 119 obwohl mir noch nicht ganz klar ist ob man diese only feathered serpent ob es damit dazu gibt das wird man dann wahrscheinlich noch mal sehen so und die erweiterung dies dann hier insgesamt für 200 gab nämlich shadow of the silver stream self stream expansion die gab es damals auch sozusagen für 100 dollar drauf die kostet auch noch mal 119 so das heißt hier zahlt man ein bisschen mehr dafür hat man aber die möglichkeit die ganze sache auch auf deutsch zu bekommen also ich denke das ist schon vollkommen in ordnung so und dann wird es dazu noch verschiedene neue sachen dann natürlich geben man braucht ja was neues was man verkaufen kann so und zwar gibt es zum einen die hand kooperativer kampagnen modus der verschiedene oder mehrere sessions verlangt so dann haben wir arena das macht ein pvp spiel draus freue ich mich gewissermaßen weil da kann ich mir das eigentlich schenken ich hoffe da ist kein inhalt drin der irgendwie für den kooperativen teil noch genutzt werden kann das ist mein fomo sofort dabei und dann hier noch diese story driven campaign wird noch mal ein bisschen erklärt wie das ganze so im wesentlichen ablaufen soll obwohl sich das halt auf den kooperativen modus dann orientiert das ist was wir bisher wissen mal gucken was da noch so dazugehen wird also miniaturen seht ihr sind stark und wenn man auch von storm thunder die prototypen miniaturen und so gesehen hat die verschiedene youtuber hatten die sind wirklich beeindruckend aus also da sind die wirklich auf einem top level dabei ja ich bin gespannt also ich möchte eigentlich schon ganz gerne mitmachen weil ich gerade den skirmisch charakter sehr gut für eine längere kampagne brauche ich hier aber eigentlich nicht kann man die spiele habe ich genug und das möchte ich eigentlich nicht und so ein boss battle da das finde ich eigentlich ganz geil und da hätte ich dann schon lust mitzumachen so die anderen beiden spiele die noch kommen also elder scrolls skyrim the board game skyrim eins meiner lieblings computerspiele mit offizieller betester lizenz aber das sind die informationen die wir bisher haben das soll angeblich jetzt dies jahr dies jahr diesen monat eigentlich noch starten die kommentar sind auch alle nicht so ganz glücklich weil die kommunikation nicht so toll ist ja natürlich ein bisschen schade ja kooperatives spiel soll daraus werden ein bis vier spieler klingt erstmal super interessant aber braucht man natürlich auch ein vernünftiges studio die das am ende umsetzen so ein anderes spiel was dann auch noch kommen wird ist chronicle of drunagore age of darkness apokalypse hier ist auch und das ist bei wild descent übrigens auch wenn ihr games haunt account hat oder euch einen macht wenn ihr vorher auf follow und klickt dann kriegt ihr eine extra miniatur schon mal gratis dazu und bei und hier ist es auch so genau follow und dann kriegt man hier diese miniatur diese mini erweiterung im wert von 13 dollar mit dazu also das kostet ja erstmal nichts ihr müsst ja am ende nicht mitmachen aber wenn ihr einen account habt oder in zukunft überlegt doch mitzumachen dann empfehle ich euch das euch vorher da schon anzumelden um das mitzunehmen so chronicles of drunagore kommt ja zurzeit super an ich werde bald hoffentlich eine runde hier starten und es dann auch spielen können das sozusagen die nächste erweiterung und da eine große erweiterung ja also noch mal so groß für die grundbox wenn ich das bei den unboxing videos von manchen youtuber gesehen habe mehr 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 das system wird natürlich weiter ausgebaut ganz markant ist ja natürlich das mit den höhenunterschieden aber vor allem dieses ressourcen management bei den helden fähigkeiten ja das macht dieses spiel glaube ich ziemlich einzigartig und bisher ist das lob sehr groß ja dieses spiel wird im juli starten circa einen monat also das heißt wir haben im juni und juli schon mal zwei bis wenn skyrim wirklich kommt drei spiele die hier auf den markt kommen also keine angst euer geld hat genug möglichkeiten ausgegeben zu werden ja das heute soll es erstmal sein mal schauen wie es nächste woche wird da habe ich schon ein zwei sachen rausgesucht die ganz interessant werden könnten aber für diese woche halt bis auf draufs nichts weiteres ich wünsche euch eine schöne woche bleibt gesund wir sehen uns bis bald tschau